Hallo YouTube, ich bin euch ja noch schuldig das Unboxing bzw. das Zusammenbauen von der USS Enterprise und zwar von der letzten Loot Chess, da war ja das drinnen von Star Trek, das Raumschiff und zwar, ja das ist eigentlich das Lego für Orme und das werden wir kurz zusammen unboxen bzw. zusammenbauen. Es ist ja nicht Lego, sondern es ist von Hasbro das Ganze und die Beschreibung werden wir uns aufheben, da sind Pickerli, wir legen uns auch gleich mal zur Seite, ja das ist die diverseste, oh da gibt es sogar etwas mit Batterie drinnen, müssen wir uns auch noch in Ruhe anschauen. Gut, wir werden das jetzt in Zeitraffer, welche das jetzt zusammenbauen und dann werden wir sehen, ob es dann wirklich ein Raumschiff ist bzw. die USS Enterprise. So, wir haben es geschafft, wir haben die 39 Teile zusammengebaut. Ja, so schaut so aus, die USS Enterprise und zwar hier unten haben wir ein Licht, sieht man das jetzt, hier leuchtet das, wenn man das zusammendrückt. Man kann natürlich auch die Enterprise runternehmen. Ja, finde ich gar nicht so schlecht, die USS Enterprise, ja das Lego für Orme von Hasbro, ja mal was anderes, schadet das noch gar nicht, das Franchise von Star Trek Lego übernommen hat. Ja, es gibt ja sogar noch andere Legos und zwar, das schaut ein bisschen aufwendiger aus, also hier haben wir die USS Enterprise, ich glaube das ist die Next Generation, bin ich da jetzt richtig oder ist das doch noch die alte? Ja, schaut auf jeden Fall viel aufwendiger aus mit viel mehr Teilen, ja das Ganze ist ab sechs Jahre, ist ein gutes Gimmick gewesen, gefällt mir sehr gut, ist halt kein echtes Lego, aber das ist doch scheißegal, das sieht doch eh keiner und darum werden wir noch schnell rüberschauen auf die Endcard. Ja, auf der einen Seite drüben wieder mein letztes Video, unten die ganzen Links zu den Social Media Plattformen, wollt ihr auch einmal dieses Star Trek Lego für Orme Hasbro, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's wieder mit einem Unboxing, beziehungsweise diesmal wieder einen Zusammenbauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, papa!